Hallo, in diesem Video möchte ich mich nochmal mit dieser Aufgabe hier beschäftigen, die mir mal ein Student per E-Mail zugeschickt hat. Hier geht es um das Thema Leistungsanpassung. Man soll an einer Wechselstromquelle mit einem Innenwiderstand von 100 Ohm diese auf einen Lastwiderstand von 10 Ohm anpassen. Und das habe ich in insgesamt drei Videos schon mal auf verschiedene Art und Weisen gerechnet. Nämlich, ich muss mal mein Kamerafenster ein bisschen kleiner machen, hier einmal über die Admittanz und dann gibt es ein Video, da habe ich das auch mal über die Impedanz gerechnet. Und zwar für den Fall, dass man eben hier eine Kapazität und hier eine Induktivität nimmt zur Anpassung. Und dann habe ich nochmal ein anderes Video gemacht. Das ist dieses hier, da habe ich einfach die Reihenfolge vertauscht. Also hier die Induktivität hingepackt und hier die Kapazität und das auch einmal über den Ansatz der Admittanzen und der Impedanzen jeweils von der Quelle und der Last gerechnet. Und dabei kamen immer so Terme raus, sieht man hier, wo so steht, Ri minus R-Last. Die Differenz von dem Innenwiderstand und dem Lastwiderstand sieht man auch hier unten. Das sieht man auch in der Lösung mit der Impedanz zum Beispiel und sieht man auch in der originalen Lösung. Das ist diese hier, wo es über die Admittanz ging. Auch da taucht Ri minus R-Last auf. Und Ri sind eben 100 Ohm, R-Last sind 10 Ohm. Wenn man diese Differenz ausrechnet, kommen dann 90 Ohm raus, die positiv sind. Und das heißt, das funktioniert irgendwie in dem Fall, aber man kann sich jetzt vorstellen, wenn ich jetzt einen Lastwiderstand habe, der größer ist als der Innenwiderstand, dann wird diese Differenz hier negativ. Und dann habe ich was Negatives unter der Wurzel. Und dann rechne ich hier in dem Fall eben eine komplexe, hier kommt ja die Induktivität raus, dann rechne ich eine komplexwertige, eine imaginäre Induktivität raus. Das ist nicht sinnvoll. Und genau das Gleiche passiert zum Beispiel hier auch, wenn ich jetzt hier diese Kapazität über den Impedanzrechenweg ausrechne. Dann würde hier auch was Negatives unter der Wurzel stehen. Der Wurzelausdruck ausgerechnet wird dann imaginär komplexwertig. Komplexwertige Kapazität ist nicht sinnvoll. Und das Ende der Geschichte ist, so wie die Schaltung hier ist, funktioniert das dann einfach nicht für den Fall. Und ich hatte in diesem ersten Video das auch schon mal angedeutet, wenn der Lastwiderstand größer ist als der Innenwiderstand, dann muss ich die Reihenfolge dieser Elemente vertauschen. Also ich muss zum Beispiel eine Induktivität hier parallel schalten zu der Last und dann eine Kapazität entsprechend in Reihe zu der Quelle oder eben eine Induktivität hier oben und eine Kapazität hier parallel. Okay, und genau das, genau das möchte ich in diesem Video jetzt noch mal zeigen und ausprobieren. Dafür habe ich mir schon mal die leere Aufgabe oder die ursprüngliche Aufgabe Schaltung hingebaut. Und ich nehme jetzt mal eine Farbe, die man sehr deutlich sieht. Also ich streiche jetzt mal diese Elemente hier weg und zeichne eben dementsprechend eine Induktivität ein, die hier jetzt so parallel zu der Last eingezeichnet ist. Und nehme eine Kapazität, die ich oben in Reihe schalte und hier kommen jetzt sozusagen die Klemmen dran. Die Kapazität C, die zähle ich mit zur Quelle und die Induktivität L, die zähle ich mit zur Last. Und jetzt kann man, genau wie in den Videos vorher, wieder zwei Ansätze wählen. Man kann einmal über die Admittanz gehen und sagen, also die Admittanz, die Innenadmittanz der Quelle muss dann genauso groß sein wie das Konjugendkomplexe der Admittanz der Last oder des Außenwiderstandes, der Außenimpedanz, der Außenbeschaltung. Und das rechne ich jetzt gleich erstmal. Und dann gibt es noch einen zweiten Weg, den mache ich dann im Anschluss. Da gehen wir einfach über die Impedanzen und sagen, die Innenimpedanz der Quelle muss genauso groß sein. Und für diesen Fall der Leistungsanpassung wie das Konjugendkomplexe der Außenimpedanz dieser Schaltung. So, ich switche mal zurück auf blau für den Admittanzweg. Naja, und jetzt muss man einfach ein bisschen Mut haben und ein bisschen Geduld, hier diesen Lösungsweg aufzuschreiben. Also wir brauchen jetzt hiervon die Admittanz aus Sicht der Klemmen. Also wir schalten die Quelle aus, aus der Stromquelle wird ein Leerlauf, die zählt sozusagen nicht. Und aus Sicht der Quelle ist dann die Kapazität und der Widerstand, der Innenwiderstand in Reihe geschaltet. So, wenn ich jetzt eine Reihenschaltung habe, ist es schlau eben die Impedanzen zu addieren. Impedanz ist 1 durch die Admittanz oder Admittanz ist 1 durch Impedanz. Und dann schreibe ich jetzt hin, also Impedanzen addiert wäre Ri plus 1 durch J Omega C. So, das wäre die Innenimpedanz und die Admittanz auf der Seite, das geht jetzt wiederum relativ einfach. Da muss ich, das ist eine Parallelschaltung. In der Parallelschaltung werden die Admittanzen addiert. Die Admittanz von dem Lastwiderstand ist 1 durch R Last. Und die Admittanz von der Kapazität ist 1 durch J Omega L. Und eigentlich würde ich plus rechnen, aber weil das ja hier der Imaginiarteil ist und weil ich das Konditionkomplexe brauche, rechne ich an der Stelle Minus. So, und jetzt möchte man hier sowas wie so einen Koeffizientenvergleich machen, weil ich habe jetzt eine Gleichung mit zwei Unbekannten, nämlich C und L. Und eine Gleichung mit zwei Unbekannten klingt irgendwie komisch, aber weil das eine komplexe Gleichung ist, weil ich in dieser Eingleichung zwei Bedingungen drin habe, für einen Realteil und für einen Imaginarteil kriege ich das doch irgendwie hin. Und der Trick ist eben hier auf der Seite, um das in einen einzelnen Real- und Imaginarteil aufzuspalten, das wieder mit dem Konjunktkomplexen zu erweitern. Und das schreibe ich hier mal hin, indem ich mir wieder einen langen Bruchstrich ziehe und sage, also das Konjunktkomplexe wäre eben R minus 1 durch J Omega C. Wenn ich über den Bruchstrich die 1 damit erweitere, kommt das raus. Wenn ich unter dem Bruchstrich das mache, dann ist das sowas wie die dritte binomische Formel und dann kommt da eben raus der erste Summand zum Quadrat plus der zweite Summand zum Quadrat. Also eigentlich minus der zweite Summand zum Quadrat, aber hier steht ein J und hier steht ein Minus. Also hier steht nochmal ein J, J mal J ist minus 1 und mit dem Minus wird das zu einem Plus 1, also Omega Quadrat C Quadrat mit positiven Vorzeichen. So und damit kann man jetzt sich hier wieder so zwei Bedingungen denken. Dafür nehme ich mal wieder die Farben, die ich glaube ich auch in den letzten Videos benutzt habe. Also das hier auf der Seite, das hier, das ist jetzt der Realteil und der muss dann so groß sein wie der Realteil auf der anderen Seite. Und nochmal mit einer anderen Farbe nehme ich vielleicht diesen hellen Blau hier. Das ist jetzt der Imaginärteil auf dieser Seite, alles ohne das J und der muss dann so groß sein wie der Imaginärteil hier auf dieser Seite. So und dann können wir mit dem entsprechenden Realteil mal anfangen und können dafür jetzt einfach die, ja das einfach abschreiben. Also tatsächlich ist das jetzt einfach viel Schreibarbeit, aber die muss man auch mal machen, um solche Aufgaben zu lösen. So, also wir schreiben jetzt hin, 1 durch alle, also das grüne, grün umrandete auf der Seite ist genauso groß wie das grün umrandete auf der Seite. Hier habe ich jetzt so einen Bruch und den Bruch drehe ich mal gleich um. Also ich schreibe hier hin, das wäre Ri Quadrat plus 1 durch Omega Quadrat C Quadrat. Und sozusagen eigentlich noch durch Ri und das Ri hole ich mir auf die andere Seite aber mal rüber. Also hier, dass auch umgedreht wird ein Erlass draus und wenn ich das nochmal Ri rechne, wird da draus Ri mal R Last. So und wir wollen das jetzt, jetzt haben wir schon mal eine Gleichung mit nur noch einer Unbekannten, nämlich dem C. Also kann ich das weiter in Richtung C umstellen, indem ich erstmal das Ri auf die andere Seite rüberhole. Dann steht hier minus Ri Quadrat, da kann ich auch ein Ri ausklammern, dann steht da Erlass minus Ri. Dann sehen wir schon mal, das ist wieder auch dieser Differenzterm, aber der ist jetzt genau umgedreht. Vorher stand der Ri minus Erlass, jetzt steht Erlass minus Ri. Sodass, wenn wir mal sagen, also hier in meinem Beispiel hätte ich jetzt gern, dass das hier nicht 10 Ohm sind, sondern, also nicht ein Zehntel von dem, sondern 10 mal das. Ich nehme jetzt 1 Kilo Ohm. Ja, und dann würde das funktionieren. 1 Kilo Ohm minus 100 Ohm sind 900 Ohm. Nur kann man nur in Kilo Ohm. So, jetzt wollen wir weiter nach dem C umstellen. Jetzt müssen wir also nochmal Omega rechnen. Dann kommt hier, oder mal Omega Quadrat, kommt hier ein Omega Quadrat dran. Und jetzt müssen wir einfach, ja, das hier hoch multiplizieren, das darunter dividieren und von dem ganzen Spaß die Wurzel ziehen. Und dann steht da, C ist, also die Wurzel, oder vielleicht schreibe ich andersrum, also 1 durch die Wurzel von dem Term, der da steht. Und das Omega Quadrat kann ich natürlich aus der Wurzel rausziehen und daraus ein Omega machen und dann bleibt das hier über. Also Ri mal R Last minus Ri. Und dann geht die Wurzel zu. So, damit ist das C bestimmt. Jetzt können wir natürlich genau eine solche Bedingung auch aufschreiben für den Imaginärteil. Und können sagen, da drehe ich den Bruch auch gleich wieder um. Also ich schreibe hier drüben hin Omega L ist dann das gleiche wie Ri Quadrat plus 1 durch Omega Quadrat C Quadrat. Geteilt durch 1 durch Omega C. Naja, und das 1 durch, also ich schreibe das mal so hin, 1 durch Omega C. Und das könnte ich natürlich auch einfach dahinter schreiben als Doppelbruch. Brüche werden dividiert, indem man mit dem Reziproken multipliziert. Also ich könnte eben hinschreiben Ri Quadrat plus 1 durch Omega Quadrat C Quadrat. Und hier steht kein Quadrat da oben, da habe ich kein Quadrat vergessen. Ja, aber mal Omega C. Naja, und jetzt könnte man sich überlegen, jetzt könnte ich das hier noch irgendwie einmal rauskürzen und da rein. Aber viel, viel schöner und besser wird dieser Ausdruck nicht werden. Ich schreibe den jetzt mal einfach nochmal da drunter, um ein bisschen Platz zu sparen. Also Ri Quadrat plus 1 durch Omega Quadrat C Quadrat und das Ganze eben mal Omega C. So, und jetzt kann man sich kurz überlegen, ob das irgendwie funktioniert. Kurz von den Einheiten her, das habe ich in den vorherigen Videos auch immer mal gemacht. Wenn man sich nicht ganz so sicher ist, was man hier tut, ist das immer nicht verkehrt. Also Widerstand minus Widerstand ergibt ein Widerstand mal Widerstand ergibt Widerstand zum Quadrat. Ohm Quadrat, davon die Wurzel ergibt Ohm. 1 durch Ohm ist sowas wie Siemens und 1 durch eine Frequenz ergibt eine Zeit. Siemens mal Sekunden ergibt tatsächlich Fahrrad, Ampersekunden pro Volt. So, und hier unten, das ist ein Widerstand, das ist ein Widerstand. Achso, und ja, und dann sehen wir noch, hier ist ja, hier steckt ja noch ein Omega drin. Wir wollen ja aber nur das L haben, also kürzen wir hier das Omega und hier das Omega weg. Dann bleibt da nur das C über. Also Widerstand, nochmal Widerstand ergibt Ohm Quadrat. Und das hier waren ja Siemens mal Sekunden. Ohm Quadrat mal Siemens ergibt Ohm. Da gewinnt ein Ohm und Ohm mal Sekunde sind Henry, Voltsekunden mal Ampere sind Henry. Da kommt ja auch das Richtige bei raus. Ja, kann man sich, habe ich jetzt keine Lust, das alles aufzuschreiben. So, jetzt machen wir natürlich eine Zahlenrechnung in Octave. Das habe ich ja auch schon mal vorbereitet. Ziehe das mal hier zur Seite und mache das ein bisschen kleiner. Und schreibe erst mal die Werte ab, die wir jetzt so haben. Also wir sagen Ri sind 100 Ohm und R Last sind 1 Kilo Ohm. Das kann ich auch schreiben als 1 E3. Das sind dann eben 1000 Ohm. So, und wir brauchen eine Frequenz. Die steht hier nicht so richtig. Ja, doch, die steht hier unten. Das sind natürlich 50 Hertz. Wir haben hier einfach Steckdose, Energieversorgungsnetz. Also wobei natürlich die 2 Ampere nicht zu einer Steckdose passen. Aber bei vielen so Wechselspannungsaufgaben. Ja, 50 Hertz ist nun mal eben unsere Netzspannung. So, also auch 50 Hertz Kreisfrequenz ergibt sich aus 2 mal Pi mal F. Das sind die 314, die bekannten 1 durch Sekunde. So, und jetzt kann man schon direkt ein C ausrechnen. Und kann sagen, das ist eben 1 durch Klammer Omega mal die Wurzel von Ri mal R Last minus Ri. So, Klammer zu, Klammer zu von der Wurzel, Klammer zu vom Nenner. Und dann sollte da schon ein C rauskommen. Und das rechne ich jetzt mal 1E6. Um das in Mikrofahrrad umzurechnen, sind das 10, irgendwas Mikrofahrrad. Die schreibe ich mal hier drüben hin. Also 10,61 Mikrofahrrad kam da jetzt raus. Und die kann man jetzt auch gleich in die Formel für das L einsetzen. L ist eben Ri Quadrat plus 1 durch Omega Quadrat durch C Quadrat. Und das Ganze nochmal mal ein C. Und das sollte auch so funktionieren. Und dann kommt da eine ziemlich große Induktivität raus. Also interessanterweise, das war bei der Aufgabe vorher auch immer so, dass da so ein sehr ähnlicher Zahlenwert rauskam. Oder praktisch der gleiche Zahlenwert. Aber hier kommt jetzt eine ziemlich große Induktivität auch wieder raus. Die müsste man erstmal so bauen. Das sind 10,061 Henry als Induktivität. So, kann man erstmal so stehen lassen. Dann wäre die zweite Idee, das jetzt nochmal über die Impedanzen zu rechnen. Also dafür schreibe ich jetzt auf, wie groß ist die Impedanz. Das ist jetzt auf der Seite einfacher. Das ist nämlich einfach Ri plus 1 durch J Omega C. Und auf der anderen Seite wird es jetzt normalerweise so ein bisschen komplizierter. Weil hier habe ich jetzt die Parallelschaltung. In der Parallelschaltung ist es schlauer, Admittanzen zu addieren. Also sage ich 1 durch die Admittanz ergibt die Impedanz. Und die Admittanz des Widerstandes ist wiederum 1 durch R Last. Und die Admittanz der Induktivität ist 1 durch J Omega L. Und eigentlich müsste ich plus rechnen, weil ich hier das Konjunktromplexe habe, rechne ich aber minus an der Stelle. Und ja, also kann man sich überlegen, dass wenn ich eine Zahl habe, eine komplexe Zahl und das Konjunktromplexe mache, dann kann ich den Zähler und den Nenner der Zahl einzeln komplex konjugieren, um die gesamte komplexe Konjugation zu machen. Wenn ich hier oben die 1 konjugiert komplex oder komplex konjugiere, passiert ja nichts. So, jetzt machen wir hier hinten wieder, also auf der Seite ist alles gut. Und auf der Seite machen wir wieder den gleichen Trick wie eben. Wir erweitern mit dem Konjugiertkomplexen. Und dann steht eben hier oben 1 durch R Last. Konjugiertkomplex wird daraus ein Plus. 1 durch J Omega L. Ja, und sieht man schon, okay, das ist irgendwie so ähnlich. Hier ein bisschen ein anderes Vorzeichen. Und ein paar von den Werten haben die Positionen oder ein paar von den Variablen und Symbolen haben die Positionen getauscht. Aber letztendlich irgendwie eine sehr ähnliche Formel. So, und hier unten kriege ich jetzt wieder Ergebnis dieser dritten binomischen Formel. 1 durch R Last Quadrat. Und auch ein Plus 1 durch Omega Quadrat L Quadrat raus. So, und dann kann man wieder den gleichen Trick machen und kann sagen, hier nehme ich jetzt der Realteil auf der Seite. Der Realteil muss genauso groß sein wie der Imaginärteil auf der Seite. Dann habe ich eine Gleichung mit einer Unbekannten, nämlich dem L, nach dem ich umstellen kann. Und das Gleiche mache ich auch nochmal für den Imaginärteil. Das ist ohne das J das auf dieser Seite. Und das ist eben ohne das J auch das auf dieser Seite. Und das ist ja erstmal eine Gleichung, wo L und C drin auftauchen. Aber wenn ich das L vorher schon bestimmt habe, kann ich aus der Gleichung sehr schnell und sehr einfach das C bestimmen. So, und genau das mache ich jetzt auch nochmal. Also, ich fange mal wieder an mit dem Realteil, weil da steckt ja nur die eine Unbekannte drin. Eigentlich brauche ich das gar nicht nochmal aufschreiben. Ich kann, glaube ich, direkt anfangen hier zu arbeiten. Also, dann steht da, wenn ich das jetzt so abschreibe. Ja, und vielleicht ist es auch schlau, wieder das direkt irgendwie umzudrehen. Also, hier habe ich ja die gesuchte Größe im Nenner und dann nochmal im Nenner. Also, schreibe ich mal hin. 1 durch R Last Quadrat plus 1 durch Omega Quadrat E Quadrat. Ja, so. So, und dann steht da eigentlich noch ein 1 durch R Last hier drunter. Ja, und das 1 durch R Last, das multipliziere ich jetzt auf die andere Seite. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich auch diesen Bruch umdrehen. Und dann steht da 1 durch R I mal R Last. So, ich will nach dem Omega L umstellen. Also, muss ich das hier auf die andere Seite rüber subtrahieren. Und jetzt wird das hier schon so ein bisschen trickreicher. Weil ich hier nicht einfach so etwas ausklammern kann wie hier drüben. Sondern ich habe jetzt ja zwei Brüche, die miteinander subtrahiert werden. Und dafür wäre es schlau, wenn ich die beiden Brüche vorher gleichnamig mache. Das mache ich mal hier eine Zeile nochmal da drunter. Und zwar überlege ich mir, um die gleichnamig zu machen, erweitere ich hier auch einfach nochmal mit R I Quadrat. Also, dann muss hier oben auch ein R I Quadrat hin. Und hier bringe ich das auch auf R I Quadrat und R Last Quadrat. Also, das heißt, hier fehlt mir noch ein R I und nochmal ein R Last. So, dann habe ich eben als gemeinsamen Nenner R I Quadrat und R Last Quadrat. Und über dem Bruchstrich habe ich jetzt sowas geschafft hier, so wie hier drüben. Ich kann jetzt hier, habe ich ein R I, habe ich ein R I Quadrat. Da kann ich ein R I ausklammern und kriege eben auch ein R Last minus R I. So einen ähnlichen Term hier drüben. Also, natürlich hängen diese beiden Gleichungen hier oder die beiden Lösungswege auch wieder miteinander zusammen. So, also das ist das 1 durch Omega Quadrat L Quadrat. So, und das will ich jetzt ja noch in Richtung des Ls umstellen. Also, ja, drehe ich das wieder auf beiden Seiten einmal komplett um. Vielleicht kann ich vorher noch das Omega hier rüber multiplizieren. Also, dann steht hier ein Omega Quadrat. So, und jetzt drehe ich das um und sage eben, also L ist gleich. Ähm, gleich die Wurzel gezogen, steht da R I mal R Last. Ja, also das hier unten und die Quadrate weggestrichen. Und unter dem Bruchstrich steht jetzt eben das, was hier über dem Bruchstrich stand, von dem Omega das Quadrat weg, bleibt ein Omega über. Und dann haben wir auch wieder die Wurzel von R I mal R Last minus R I. So, und damit können wir das L ausrechnen. Und dann können wir noch genau so eine Bedingung aufschreiben für den Imaginärteil. Die quetsche ich jetzt mal vielleicht irgendwie hin, um nicht allzu sehr über mein Kamerabild zu schreiben. Also, ich drehe den Bruch hier oben gleich wieder um. Ich sage Omega C ist gleich. Und dann steht hier 1 durch R Last Quadrat plus 1 durch Omega Quadrat L Quadrat. Ähm, und ich muss hier durch diesen Bruch noch teilen. Und wenn ich durch diesen Bruch teile, kann ich wieder mit dem Konjunkturkomplexen, äh, nee, nicht mit dem Konjunkturkomplexen, mit dem Reziproken multiplizieren. Das ist einfach Omega L. Und dann kürze ich hier und hier ein Omega weg. Und dann bleibt das über mal L. Und das L habe ich ja gerade vorher ausgerechnet. Ja. Und, ähm, also da ein Mal L an der Stelle. Ein bisschen hinter meinem Kopf verschwunden. So, und also kurzer Blick auf die Einheiten. Hier oben steht was von Ohm Quadrat. Hier unten bleibt wieder ein Ohm. Ohm Quadrat durch Ohm ergibt Ohm. Ohm durch eine Kreisfrequenz ergibt Ohm mal Sekunde. Das sind Voltsekunden durch Ampere. Das sind Henry. Das passt für die Induktivität. Und hier sind das auch, ähm, ja, Siemens Quadrat. Hier sind das nochmal Siemens Quadrat. Und Siemens Quadrat mal Ohm Sekunden ergibt eben Siemens Sekunden, Ampere Sekunden pro Volt. Das sind auch Farad. Das ist das, was wir für eine Kapazität brauchen. So, und dann nehme ich mal wieder Oktav zur Hilfe. Und rechne jetzt also zuerst mal ein L aus über die Impedanzen. Indem ich jetzt, ähm, die Formel von hier drüben da reinhacke. Also Ri mal, mal R Last. So, und das Ganze geteilt durch Omega und geteilt durch die Wurzel von dem Ausdruck, den ich da oben schon hatte. Aber ich glaube, dass mit dem Markieren und Kopieren, ich weiß nicht, ob das immer so gut funktioniert, doch, scheint zu funktionieren. Also Ri mal R Last. Das ist die Klammer. Das ist die Wurzel. Eigentlich sollte das schon so funktionieren. Und dann kommt da, wie nicht anders zu erwarten, der gleiche Wert raus für die Induktivität. Und wenn ich jetzt nochmal das C über die Impedanzen ausrechne, dann muss ich eben schreiben, also 1 durch R Last Quadrat plus 1 durch Omega Quadrat und L Quadrat. Ist jetzt egal, welches L ich nehme. Die haben ja bei den gleichen Werten, nämlich mal das alte L. Und das rechne ich jetzt nochmal L. Und dann sollte da der gleiche Wert für das C rauskommen. Oh, und da kommt nicht der gleiche Wert raus für das C. Ah ja, ich weiß auch warum, weil ich hier das durch vergessen habe. Ja, so. Und kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. Da kommt der gleiche Zahlenwert raus, den wir hier oben gerade schon vorher hatten. So, wenn man jetzt wollte, könnte man natürlich noch zeigen, das habe ich in einem der vorherigen Videos, ich glaube in diesem hier, mal getan, also dass das nicht Zufall ist, dass diese beiden Videos oder dass diese beiden Lösungswege genau die gleichen Ergebnisse liefern. Ob ich das über Admitanzen oder Impedanzen rechne, natürlich sollte da das gleiche Ergebnis rauskommen. Ja, man kann auch, indem man jetzt die Formeln ineinander einsetzt, könnte man das auch bei diesem Lösungsweg hier zeigen, dass die Lösung hier auf der Seite, die blaue Lösung tatsächlich vollkommen äquivalent ist. Zu dieser grünen Lösung, Ansatz über die Admitanzen liefert das gleiche wie der Ansatz über die Impedanzen. Letztendlich ist es auch, würde ich sagen, hier vom Rechenaufwand ziemlich egal, was man hier macht. Irgendeinen Preis muss man immer dafür bezahlen, irgendwie muss man immer mit irgendwelchen Doppelbrüchen hier umgehen. Also Tennis ist jetzt vielleicht das hier hinten ein bisschen schwieriger, weil man hier noch diese Brüche subtrahieren muss und irgendwie gleichnamig machen muss. Das ist hier so ein bisschen trickreicher. Okay, so, was ich jetzt noch gerne irgendwie zeigen wollen würde, ist, naja, was passiert denn hier in der Schaltung? Wie groß ist denn jetzt wieder die Leistung, die in dieser Last umgesetzt wird? Ja, maximal mögliche Leistung. Und wir kriegen mal wieder diese Leistung hier raus. Dafür nehme ich jetzt mal vielleicht schwarz oder grau oder so als neutrale Farbe. Also die Leistung hier in dem Widerstand P Last, die bekommen wir natürlich raus, indem wir den Strom hier rechnen oder den Strom rechnen, der hier durchfließt, I L, und dann einfach diesen Strom nehmen. Der ist natürlich ein komplexer Zeiger. Hier brauchen wir nur den Quadrat von, das Quadrat dieses Stromes und multiplizieren das mit dem Lastwiderstand. Und dann sollte da ein Zahlenwert rauskommen. Für diese Leistung jetzt natürlich die Frage, wie kriege ich diesen Strom raus? Also den Strom kriege ich raus über eine Stromteilerregel, indem ich eben sage, die Impedanz des anderen Zweiges, das ist das J Omega L, oder dafür schreibe ich mal hin, ein bisschen kürzer, das ist das Z L geteilt durch die Gesamtimpedanz dieser Parallelschaltung im Sinne von einem Maschenumlauf, Z L plus R Last, mal den Strom, der hier vorne fließt, also mal den Strom, der durch die Kapazität fließt, nenne ich mal IC. So, und dann brauche ich noch einen zweiten Stromteiler, um diesen Strom IC auszurechnen. Und ja, der ist dummerweise ein bisschen komplizierter, aber gut, vielleicht, ja, aber ich glaube, Spannungsteilerregel hilft uns hier auch nicht so wahnsinnig viel weiter. Also hier machen wir genau das gleiche Spiel. Impedanz des Zweiges, wo der Strom nicht durchfließt, das ist der Innenwiderstand, geteilt durch die Gesamtimpedanz in diesem Maschenumlauf. Und das ist R I plus Z C plus Z L parallel R Last. Und das Ganze natürlich multipliziert mit dem Quellstrom, mit dem Gesamtstrom. So, damit kriegen wir den Strom hier hinten raus. Und wenn wir den Strom haben, könnten wir hier auch die Spannung ausrechnen. Können wir die Spannung hier ausrechnen. Dann können wir auch die Spannung hier über der Kapazität ausrechnen mit dem Strom IC. Und dann wissen wir letztendlich eigentlich alle gesuchten Größen in dieser Schaltung. So, und das, was ich dazu nebenbei natürlich noch brauche, ist ein Z C. Also das Z C ist einfach 1 durch J Omega C und ich brauche natürlich ein Z L und das Z L ist J Omega L. So wie einfach die Grundformeln sind. Und die ganze Zahlenrechnung, die sich dann doch verbirgt, die mache ich jetzt natürlich wieder in MATLAB oder in Oktav. Also ich schreibe hierhin 1 durch J durch Omega durch C. Da sollte jetzt was mit einem rein negativen Imaginärteil rauskommen. Und das sind minus 300 Ohm. Die schreibe ich mal ab. Denn beim letzten Mal habe ich mich dabei grandios vertan, einfach die Ergebnisse abzuschreiben. Und habe mich dann ein bisschen verrechnet und vertan, was ab und zu auch mal vorkommt. So, und dann haben wir hier Z L ist J mal Omega mal L. Das sind 333 Ohm, natürlich mit einem positiven Imaginärteil. Oh, ich schreibe mal vielleicht noch hin, Komma 3, Periode 3 Ohm. Ja, und wenn man sich jetzt an vorherige Lösungen erinnert, hier kam eben auch sowas wie 30 und 33 raus. 33,3. Naja klar, ähnliches Beispiel, ähnliche Zahlenwerte. Alles hier irgendwie 10 mal, 100 mal so groß kommen hier auch ähnliche Sachen bei raus. So, das können wir jetzt hier einsetzen. Hier können wir den Strom IC hier ausrechnen. Dafür brauche ich jetzt in Octave wieder eine Funktion, die mir eine Parallelschaltung bastelt. Und die tippe ich mal einfach ein. Also Parallelschaltung von zwei Impedanzen, Z1 und Z2, kriege ich eben raus. Indem ich Z1 mal Z2 rechne, das Produkt geteilt durch die Summe von den beiden Impedanzen. Ja, also eine Funktion. Und dann kann ich eben ziemlich schnell, also ich brauche erstmal vielleicht noch meinen Quellstrom. IQ sind 2 Ampere und dann kann ich ausrechnen. IC sollte sich also ergeben aus diesem Bruch, aus dieser Stromteilerregel RI durch. RI plus ZC plus die Parallelschaltung von ZL und R Last. Interessant, dass das hier nicht automatisch vervollständigt. So, Klammer zu, Klammer zu, sollte passen. Also dann kommt da 0,5, 5 mal 10 hoch minus 1 Ampere raus und das sind jetzt 10 hoch minus 16, das ist numerisches Rauschen, das ist praktisch 0. Also hier kommen raus 0,5 Ampere. Ja, können wir uns schon mal irgendwie so merken. Also die Quelle stellt 2 Ampere zur Verfügung. und 0,5 Ampere fließen hier lang und dementsprechend fließen 1,5 Ampere hier lang. Okay, gucken wir mal, was die Lösung über uns sonst noch so schönes sagt. Also jetzt können wir eben IL ausrechnen, den Strom da durch unseren Lastwiderstand und das soll sein ZL geteilt durch ZL plus R Last. Hier funktioniert die Autovervollständigung auf einmal wieder mal IC. und dann kommen da 0,05, also 50 Milli Ampere plus J 150 Milli Ampere raus. Das schreibe ich hier auch mal irgendwie so hin. Also 50 Milli Ampere plus J 150 Milli Ampere. So, und davon brauchen wir jetzt den Betrag und das mal den Lastwiderstand. Es ergibt uns jetzt hier diese Leistung, die wir eigentlich suchen. Dafür ziehe ich das mal hier rüber. Also PL ist der Betrag von diesem Strom IL zum Quadrat mal R Last. So, und das sind 25 Watt. Und das, ja, weiß nicht, wundert mich jetzt so ein bisschen, dass wir da nicht wieder auch die 100 Watt bekommen, die wir vorher mal irgendwie so hatten, sondern nur 25 Watt. Denn in den vorherigen Aufgaben hier mit der Rechnung, da ist man wieder relativ problemlos auf die 100 Watt gekommen. Und auch hier in der Geschichte ist man eben auf 100 Watt gekommen. Das ist jetzt ein bisschen seltsam, dass das jetzt hier nur noch 25 Watt sind. Tja, ich vermute, ich vermute ja fast, dass ich mich irgendwo verrechnet habe an der Stelle. Oder dass ich es falsch in den Oktav eingetippt habe. Wir können ja mal erstmal weiter rechnen, ob das jetzt so mit den ganzen Spannungen und so passt. Also wir rechnen mal diese Spannung hier aus, U, R, oder UL kann ich die ja mal nennen. Das sollte ja die gleiche sein dann wie über der Induktivität. Also UL ist einfach IL mal R Last. So, und das sind dann 50 Volt plus J150 Volt. Ja, das ist natürlich genau das Gleiche, was hier über der Induktivität abfällt. Jetzt können wir den Strom durch die Induktivität ausrechnen. Den kann ich jetzt dummerweise auch, ja, oder ich nenne das hier mal um, ne, weiß nicht, ich nenne das, vielleicht hätte ich das hier, I Last nennen soll, nenne das mal nochmal um in I Last. Und hier muss dann auch U Last stehen, I Last stehen. Also das IL kann ich jetzt einfach ausrechnen aus UL, aus dem durch das ZL. Also IL ist UL durch ZL. Und dann sind das 450 minus J150 Milliampere. Also 450 Milliampere minus J150 Milliampere. Und jetzt kann man sich schon mal überlegen, okay, also wenn ich diese beiden zusammenrechne, ja, den Strom und den Strom, dann addieren sich die Imaginärteile zu Null. Und 450 und 50 sind 500 Milliampere. Das ergibt tatsächlich die 500 Milliampere, die uns unsere Stromteilregel hier ausgerechnet hat. Das passt sozusagen schon mal. So, dann können wir weiter rechnen und können mal die Spannung hier, das UC, ausrechnen. UC wäre einfach IC mal ZC. Natürlich alles komplex. Das mache ich auch in Octave. UC ist IC mal ZC. So, und da kommt jetzt ein ganz winzig kleiner Realteil raus, der praktisch numerisches Rauschen ist. Und da kommen 100 minus J150 Volt raus für die Spannung. Also hier sind minus J150 Volt. So, und ja, jetzt kann man sich überlegen, okay, also minus J150 Volt plus J150 Volt. Da bleiben dann insgesamt an der Stelle 50 Volt über. Ja, die 50 Volt, die hier eben stehen. So, und 50 Volt über einem Widerstand von 100 Ohm, also den Strom hier, IRI, den kriege ich natürlich raus über diese 50 Volt durch RI. Und, tja, das müssten auch 50 Volt durch 100 Ohm, das müssten 0,5 Ampere sein. So, und dann sieht man, irgendwas passt hier nicht. Also 0,5 Ampere und 0,5 Ampere zusammen machen ja keine 2 Ampere. Die machen nur 1 Ampere. Ja, so, und das heißt, wo ist jetzt mein Fehler? Also hier ist auf jeden Fall IQ 2. Ah, ich weiß, was ich vergessen habe. Na klar, hier hinten fehlt das IQ. So, also, ähm, ja, das ist immer das Problem, dass MATLAB eben oder Octave nicht mit Einheiten rechnet, sonst wäre es natürlich sofort aufgefallen. Also, bei der IC-Berechnung, da fehlt mir hinten das IQ und deshalb kam da nur die Hälfte raus. Wenn ich das jetzt so mache, dann kommt da 1 Ampere raus. Also, ich nehme jetzt mir mal, ähm, in dem letzten Video habe ich mich auch verrechnet, hier habe ich mich jetzt auch verrechnet, so ist das Leben. Also, ich nehme jetzt einen roten Stift und korrigiere das mal. Also, das sind jetzt dementsprechend 1 Ampere. Und jetzt können wir rechnen, jetzt ist natürlich dann der Strom, der durch die Induktivität da rauskommt, das sind eben 100 Milliampere. Also, hier steht 100 Milliampere, das ist einfach mal das Doppelte, 100 und 300 Milliampere. Ne, dann kommen hier natürlich eben nicht 25 raus, sondern 100 Watt. Wäre auch komisch, sehr komisch gewesen, wenn das nicht passt, also wenn ich das nicht auf die 100 Watt, die wir ja vorher hatten, hätte angleichen können. So, und dann sind das hier 900 Milliampere, das sind auch minus 300 Milliampere, das heißt, die beiden zusammen, die machen dann eben dieses eine Ampere, was wir hier haben. Das passt wieder, hier steht auch dann genau die doppelte Spannung, also 100 Volt plus J 300 Volt und hier haben wir auch minus 300 Volt und die 300 Volt minus und 300 Volt plus J, die ergeben zusammen 0. Hier hinten haben wir 100 Volt und 100 Volt durch 100 Ohm ergeben 1 Ampere, 1 Ampere hier und 1 Ampere hier hinten ergeben zusammen 2 Ampere, ergeben genau die 2 Ampere von der Stromquelle. So, haha, funktioniert doch. So, und ja, jetzt kann man sich schlussendlich noch so ein bisschen überlegen, was hier jetzt so in der Schaltung passiert, warum diese Schaltung so funktioniert, wie sie denn funktioniert. Ja, also ganz ursprünglich sollte das ja hier mal mit Gleichstrom gerechnet werden und Leistungsanpassung im Gleichstromfall heißt eben Inwiderstand und Lastwiderstand sind gleich groß. Ja, und wenn die gleich groß sind, dann habe ich zwar nur den halben Strom, der auch durch meine Last fließt, aber ich habe sozusagen gleichzeitig die maximale Spannung. Wenn ich den Widerstand hier ein bisschen kleiner machen würde, dann würde zwar mehr Strom durch meine Last fließen, was prinzipiell gut ist, weil Leistung hier ist ja auch U mal I. Ja, wenn ich den Widerstand kleiner mache als den, dann fließt mehr Strom durch, aber gleichzeitig sinkt auch meine Spannung ab, dann verliere ich an Leistung. Jetzt kann ich mir denken, okay, na gut, dann mache ich den Widerstand vielleicht größer, wenn ich ihn größer mache, kriege ich ja mehr Spannung, aber wenn ich mehr Spannung kriege, sinkt auch der Strom, weil dann mehr Strom hier vorne lang fließt. Und deshalb ist, wenn diese beiden Widerstände gleich groß sind, im Gleichstromfall habe ich Leistungsanpassung, habe ich genau die Hälfte der Leerlaufspannung, genau die Hälfte des Kurzschlussstromes, kriege ich die maximale Leistung. So, und hier ist jetzt so, der Widerstand ist ja viel, viel, viel größer als der, der ist zehnmal so groß in meinem Beispiel. Und das heißt, naja, wenn der zehnmal so groß ist, dann ist das eben eigentlich erstmal viel attraktiver für den Strom hier durchzufließen, durch diesen kleineren Widerstand, als hinten lang zu fließen. Also, was machen wir? Wir bauen so einen Parallelzweig, ja, und mit dem Parallelzweig schaffen wir Strom von dem Innenwiderstand umzuleiten, weil wenn er hier durchfließt, macht er einfach nur Verluste, ja, das bringt uns nichts, wir wollen ja Energie hinten bekommen, also bauen wir so einen Parallelzweig und dann fließt irgendwie Strom erstmal hier lang und kann uns hierüber auch eine Spannung aufbauen und am Ende ist ja das, was wir hier an dem Widerstand irgendwie auch haben wollen, eine Spannung. Spannung, die nur abfällt. Wir können auch sagen, hier P ist U² durch R Last und R Last ist eben relativ groß, deswegen brauchen wir auch eine große Spannung über diesen Widerstand. So, und ich meine, also wir leiten Strom hier an dem Innenwiderstand vorbei, wir ermöglichen einen Parallelzweig zu dieser Last und die ist eben induktiv und diesen induktiven Einfluss, den kompensieren wir jetzt mit einer Kapazität in Reihe. Und dann wird hier Energie zwischen den beiden ausgetauscht und pendelt hier immer so ein bisschen hin und her und der sorgt eben dafür, dass wir Strom rausbekommen und der sorgt dafür, dass letztendlich hier dieser Spannungsabfall, wenn man so will, kompensiert wird. Also hier hinten haben wir jetzt ja viel mehr Spannung, wenn ich mal hier den Betrag der Spannung ausrechnen würde, 100 zum Quadrat und 300, oder wir können das auch einfach machen. Also jetzt müssen wir nochmal UL ausrechnen, ne, das ist jetzt dieser Wert und wenn ich davon mal den Betrag ausrechne, dann sind das 316, irgendwas. Also hier hinten ist jetzt viel mehr Spannung als hier vorne, hier sind ja nur 100 Volt, haben wir jetzt irgendwie Wurzel 10 mal so viel wahrscheinlich. Und sowas in dem Dreh und das hilft mir eben in dieser deutlich größeren Last genau die gleiche Leistung umzusetzen. Und das, was sozusagen hier an Spannung zu viel ist, an induktiver Spannung kompensiert man mit einer kapaziven Spannung an diesem Kondensator. Das ist so ungefähr erklärt, was diese Leistungsanpassungsschaltung macht in dieser Schaltung. An sich alles im Prinzip nicht wahnsinnig verkehrt, ne, man muss das mal einmal aufschreiben mit den Impedanzen, mit den Admittanzen und vielleicht noch viel wichtiger, man muss sich, man darf sich zwischendurch nicht verrechnen. Und was eben dafür hilft, ist so ein bisschen Erfahrung und auch ein bisschen Intuition dafür, kann die Lösung denn zwischendurch noch richtig sein. Und also wo wir in die 25 ausgerechnet haben, ohne das jetzt vorher gerechnet zu haben, kam ja schon sehr, sehr, sehr spanisch vor, wie man so sagt an der Stelle. Ja, aber ist manchmal auch gar nicht so verkehrt, vielleicht erst mal mit den falschen, vermeintlich falschen Ergebnissen weiterzurechnen, bis man sich wirklich ganz sicher ist, dass sie falsch sind und dann mal den Fehler zu suchen im Lösungsweg solcher Aufgaben.